Hallihallo hallüchen, mein lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu TTT. Diesmal sind wir bloß zu dritt und zwar der Paul und der Kevin. Genau, hallüchen. Wir sind hier auf irgendeinem ziemlich gruseligen Map. Und ja... Entschuldigung. Boah, das ist aber echt... Ich möchte gar nicht beschreiben, wie es aussieht gerade. Ich habe heute irgendwie das Problem, dass ich so Mini-Legs habe. Hallo Pfarrer, Pfarrer. Alter, was ist das denn? Ey, ich muss hier raus. Die Map ist geil. Boah, die ist echt übel. Und vor allem hier ist auch dieses Hardcore-Baby und alles. Da ist eine Katze in der Mikrowelle. Was? Aber ich weiß nicht, gibt es einige böse Traitor-Fallen. Ah, er ist Traitor. Nein, ich dachte, hier gibt es einige böse Traitor-Fallen, weil ich den Map schon mal gesehen habe. Bei Grund. Ja? Ja. Alter. Also alles Klischee-Hafte vom Horrorfilm ist hier vertreten auf jeden Fall. Hier ist alles mit weit. Klingelndes Telefon, alles ey. Mhm. We were a dog. Und dann ist hier ein schwarzer Hund mit einer zerstückten Leiche drin. Ihhh, du kannst das Telefon abnehmen. Es klingelt, du kannst rangehen und dann kommt da so... Oh, aber der klingelt. Der Unkle ist bei mir. Oh Gott, ey. Ja, einer von euch beiden ist es. Ich bin innocent. Guck mal, eine Wackelpuppe. Eine blutige Wackelpuppe steht da hinten. Und wackelt sich ein ab. Press Use. Ich find da die Fische nicht nach Mitternacht. Zoom. Die Fische sind einfach bloß, äh... Totenschädel. You are here? Was? Zoom into? Alter, ey. Was ist das? Da musst du benutzen und da musst du mit einer Wackel an das Ding reinzoomen. Alter, was ne Map, ey. Das ist doch der Hammer. Dafür geht die schnell vorbei. Hi. Oh Mann. Guck mal, das kleine Mädchen im Hintergrund. Erkennst du sie? Boah, die Geräusche, ne? Ja. Das ist deine Mutter. Äh... Boah. Noch so... So was? Ey! Ne! Ne! Boah! Was war... Warum? Ne! Das war so unnötig gerade. Ja! Das war... Das war doof. Was hast du gemacht? Ich hab mich einfach abgeschossen. Ich hab einfach Kopf geballert. Warum? Guck mal, deine Mutter. Mann! Du musst doch mit Beweis schießen. Boah! Hab ich doch! Meine Mutter beleidigt. Hi! Boah! So ein mieser kleiner Wicht, ey. Alter! Kann man denn? Ich glaub, das Video müssen wir echt ab 18 schalten, ey. Hä? Warum? Boah! 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 Das ist ja voll krank hier. Boah! 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 Der Paul? Mieser Lump, ey. Was war das denn jetzt? Verdammt, Dicke, wie selbst ich... Ich hab zu viel aufgeschossen. Ich hab draufgeschossen auch noch. Also heute reißen wir echt mal nix ordentliches, oder? Nur Moks? Nur Moks? Oh, ist auch lustig, ey. Man hat sofort den Zug, ey. Ey, der Zug ist echt geil. Es hat sich so wunderbar ergeben. Der bleibt einfach so von mir her. Ja. Vor allem, glaube ich, mehr als welche Maps, ey. Hallo, Kevin. Ich möchte bei dir bleiben. Ich hab Angst vor Onkel. Alter, warum denn? Ich fand da nen Schaden? Na guck, du siehst doch mal, was da steht. Do not feed fish after midnight. Ach so. Ey, du bist doch so hohl. Leck mich doch. Ich bin mal braun. Ich geh vor dir weg, weil ich die Befürchtung habe, dass du Traitor bist. Peng! Tschut, Tschut! Ja. Ja. Hat einer die Achse in den Kopf gejagt? Ja. Ins Auge. Boah. Ja. Also ich muss sagen, unbedingt nochmal den Rechner mal gestatten. Aber irgendwas, weil das ist gerade echt ekelhaft mit den, mit diesen komischen Lacks. Das ist ja nicht schlimm, können wir ja überhaupt die Schnelle nach dieser Zeit machen. Ja, machen wir nach der Runde. Ja. Aber man kann hier echt nicht abschätzen, ob einer da ist, oder kommt, oder... Hä? Ja, ich hab irgendwie das Gefühl, immer diese Laufgeräusche. Es ist immer total... Wir haben mal da. Guck mal, Kevin. Das passiert dir auch irgendwann. Nein. Ich werde nie einen Bartdus haben. Das kann mir nicht passieren. Ach so. Zumindest nicht hier ganz... Äh, ganz... Hat der Frau Paul verfolgt? Für wie innocent hältst du? Wir haben alle rote Augen, auch die Ra... Oh nein. Oh nein. Was? Oh nein. Hast du eine Falle ausgelöst, die dich selber tötet? Was? Näh. Wahrscheinlich. Näh, näh. Wir sind jetzt schon wieder hier. Ja, wir müssen uns mal aufteilen hier. Das war schlimm. Boah, ii. Da kotzt du mir doch mit ins Gesicht, ey. Kevin, komm mal her. Ich hab's nicht gefunden. Nein. Kevin. Nein. Kevin. Nein. Noch Kevin. Kevin. Komm mal her. Blöder Penner. Warte. Ich hab dich gefunden. Hier, komm mal her. Da, links bist du... Pass auf, der lockt dich. Der lockt, der will dich bestimmt hinlocken, um dich zu killen. Mach furchtisch. Ja, boah, was für Finger der hat, ey. Voll der Wolverine-Verschnitt hier. Ach ja, hallo. Flass Pissbeck. Ja, der Onkel ist da. Hohoho, na dankeschön. Das war ja nett. Oh, meine Onkel. Danke. Ja, toll. Da tropfen wieder Bluttropfen auf unsere Muschi. Na, na, na. Ich geh nicht mal. Das ist... Das ist ne Runde heute, ey. Echt? Also, wir reißen heute mal nix? Ach, natürlich reißen wir was. Ja. Der reißt Paul den Arsch auf. Wo seid ihr denn? Paul, bist du noch da? Paul? Ne, oder? Kevin, du Drecksack. Ja, Onkel, du Drecksack. Wie, Onkel? Hä? Ja. Oder Paul ist einfach nur leiser. Oh. Was ist in Freemans Hand? Äh. Ah. Half-Life 2. Episode 3. Hä? Und das... Ah. Ach, Onkel. Ey, du... Hä? Ratte. Was? Ey, ich bin hier... Oh, Mann. Er klappert dich also auch. Ja, das... sollt ihr beide da reingelaufen. Ich mach... Ja, ich wurde die beiden identifizieren. Ja, ich hab... 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 Du... Du Ratte, ey. Du hast es nicht gesehen da oben. Nicht mal ansatzweise. Nö, sieht man nicht. Das ist unsichtbar. Ah, der hat's doch plackern gesehen. Ja, was ich dachte... Ich dachte... War ich hier nicht nur getötet im Dummerang oder sowas, ne? Mich will gleich identifizieren. Geh hin und an, ey. Oh. Zack. Gleich gepackt. Ja. Boah... Boah, war der Wies. Hahaha. Aber dass das so schön klappt, hab ich jetzt nicht gedacht. Muss ich sagen. Ich sag gar nicht, ob Onkel Lübel den Mund drauf macht, ey. Was? Können wir nicht verbrauchen? Schaut mich irgendwas bitten. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich dir den Kopf mitnehmen? Kann ich dir den Kopf mitnehmen? Ich hab auch schon versucht. Das hab ich auch schon versucht. Ihr wägt mal kein Munitionskiss mit. Na ihr beiden Trader? Guten Tag. Na du einer Trader. Ich will die scheiß Waffe nicht haben. Hallo Smoke! Paul zieht schon auf mich. Ich bin irritiert. Ja, weil ich weiß, dass ich innocent bin. Ja, ja. Das sagen sie alle. Alter. Ich lass mich jetzt einfach von Kevin töten. Das macht mehr Spaß. Och. Ich vertraue dir nicht. Sorry, dieses Glecke geht mir grad mega auf. Ich weiß noch nicht, was das soll. Hörst du mal auf? Lassst du mich mal in Ruhe? Ja, schön im Trader shoppen, ne? Ja, natürlich. Am Telefon, das ist das von The Ring. 7 days. Schieß doch mal, Kevin. Nicht auf mich. 7 Tage. Lassst du mich mal in Ruhe? Nein. Wir müssen uns gegen Onkel verbünden. Hä, warum? Ja, du bist es doch bestimmt. Du schießt ihn nur nicht. Nein. Ja, natürlich. Dann hätte ich es doch schon längst gemacht. Das glaub ich dir nicht. Natürlich. Nein. Ja, der Onkel kriegt doch alles mit. Ach, der Onkel, der checkt heute sowieso nicht mehr. Was? Mal bitte mit diesem Ton. Oh! Alter! 100%! Ihhh! Hä, was ist denn das? Hä, was ist denn das? Ein Affenmensch, oder was ist denn das? Gehst du bitte raus? Guck mal, guck mal in die Mikro. Ich bin der Shooter King, ich weiß nicht, gut, ich bin der Sinn. Peng, 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 und ganz in Zwiebom, da fallen alle Feinde um. Ich bin der Shooter King, da kannst du... Kevin, du bist ein Arsch. Ich bin der Bot im Internet, wenn ich mich... Kann ich dich jetzt irgendwie retten, nö, ne? Aaaaaaaaaaah! Ach, so steht er da! Ich hab die ganze Zeit zugeguckt, Mann. Hä, wo ist er denn hin? Da. Nein! So! Ey! Ich hab die nicht gesehen! Ich war, hä? Ich war jetzt total irritiert, weil auf einmal der Dude da standest. Echt, auch. Das ist doch von mir neben mir. Ich war in grad'n Töter-Menü. Oh! Jason Musk ist auch hier, aha. Ich wollt grad was kaufen, weil so was drin ist. Das ist doch von mir neben mir. Ich denk, ich wär da sicher. Ah, du Männer, ey. Wie soll ich? Du bist immer da, wo man die nie brauchen kann. Ich hab halt die ganze Zeit ihm da im Tanzen zugeguckt, dir zu versorgen. Ja. Mann! Äh, da bin ich aufgepasst. Hm. Hm. Ich wollt'n extra, ich hab extra gedacht so. Hm. Dann bin ich extra leise. Hm. Damit du nicht weißt, wer es ist. Achso, übrigens. Ich hab mal, ähm, gegen die Bots getestet. Und ja. Bei dem Identitäts-Klau. Das geht auch bei, äh, Leichen. Achso. Du kannst jemand da schießen und dann seine Identität annehmen. Es geht. Fällt da dann spätestens dann auf, wenn jemand die Leiche findet. Ja, lustig. Wenn du in den Blutbrunnen reintrinkst, kommst du hier wieder raus an der Kirche. Ja. 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 Also ich entschuldige mich immer wieder für diese doofen kleinen Lecks. Das geht mir echt auf den Sack. Nee, nee, der andere. Der andere, ja. Das hab ich von auch mal gehabt. Ich wusste nur, wenn ich halt was war. Äh. Paul ist übrigens bei mir. Ja. Genau. Fettscheiter. Was war das? Das glaub ich ja sogar. Alter. Hier, der hier. Kevin. Der. Ach, der war das. Ja. Mit den Knochen drin. Krass, da war ein bisschen Schaden bei. Ja, war ein bisschen Schaden bei. Jetzt hat er aber jetzt weiße. Ja. Ey, ich... Ich bin ja noch mal hinterher gesprungen. Ich hab ja noch mehr Schaden gekriegt. Ich find euch einfach nicht. Wir sind an der Kapelle. Ach schon. Achso. Der Twitter. Warum? Einfach so. Lass mich doch mal in Ruhe. So, guck mal. Da ist der kleine. Siehst du das da drinnen? Ja. Gimischenpilz. 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 Hä? Lass mich nochmal raus. Oh Gott. Hä? Du bist die ganze Zeit bei Paul da an diesen Dings. Langsam macht er sich keine Sorgen. Ich komm an. Okay. Okay. Ja, wenn du da schon so stehst. Hä? Wo du ziehst. Ja, was ist denn dann? Ich hab die Statuen angeschossen. Was ist denn los hier Paul? Hä? 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 Was machst du da? Ich hab die Statuen angeschossen. Du Unkel. Du Unkel. Hallo. Hallo. Hallo Paul. Hallo Paul. Äh. Hä? Ah, wenn du von hier oben kommst, sind die Augen von der Figur oben von diesem Gesicht rot. Und wenn du näher reinkommst, dann erlöschen. Ja. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Ja, ich find ich überhaupt... Ja, kenn mich doch. Das ist so krass, Alter. Du kannst mich mal... Boah, ist das krass. Kannst du die Klabustermeeren vom Popo knabbern? Was kann ich? Die Klabustermeeren vom Popo knabbern. Alter Babygunner, Alter. Paul? Oder Onkel? Onkel. Hä? Warum ich? Ja, aber du da warst. Hä? Ich war gar nicht hinter mir. Ich war überhaupt nicht hinter dir. Ja, natürlich warst du hinter mir. Also... Ey, Alter! Greven, schieß doch mich. Ah! Ja, natürlich schieß ich auf dich. Scheiße. Mann, ey. Diese doofe Babygun. Echt, ohne Scheiß. Und jedes Mal, wenn ich abdrücke, läuft da irgendjemand immer einen Schritt nach links oder so. Aber irgendwie... Jetzt würden sie das alles spüren. Na klar. Halt! Ich dachte... Weißt du? Ich will das nur abschreiten, die Sau. Aber ich war mir echt nicht sicher. Hätte auch sein können, dass Paul da in der Nähe war. Ich dachte mir so, nee. Ja, aber... Du glaubst ja eher Paul als mir, weißt du? Na, ich hab heute noch niemanden verarscht. Nee, wärst du es nicht gewesen, hätte ich Paul erschossen. Na, super! Boah, wow! Wow! Das ist natürlich, ähm... Ja, das ist ein Meisterwerk. Der Delegativkunst. Das versteht der nicht. Was gibt's denn noch hier? Haben wir auch irgendwas mit... Alah! Das kommt schon wieder da unten. Nee, gibt's wohl nicht. Hä? Ich bin hinter... Ich bin hinter... Ich bin hinter Paul. Warum... Ah, das war Paul. Ah... Was ist das mit euch? Hier kann man denn irgendwie irgendwie feine laufen? Auch nicht. Alter, bei mir leckt's übelst! Paul? Boah! Ja, was denn? Okay. Ja... Hä? Es ist krank, als ob einer gestorben wäre. Deswegen... Nee, nee. Aber warum ist der Leck hier lustig rum? Ja, ich... Ich sag doch, ich hab ja übelste Lecks. Hab ich... Wie sieht mein Ping aus? Dreizum geht eigentlich. Geht? Ja, komisch. Also... Hattest du aufs andere Mal auf die Ausschreibung gehabt, ne? Ja. Ich glaub, da ist irgendwas... was anderes... was da rumspinnt. OBS. Jeder mal. Kann man den Hund eigentlich freilassen? Nee, leider nicht. Ah, Habs. Queter. Hä? Ich hab nur gefragt, ob man den Hund freilassen kann. Ja... Das geht aber nicht. Ich würd mal schätzen, dass das eine Täterpalle ist, vielleicht. Nö... Achso, das weiss ich nicht. Der Toilettenmensch. Ih, da ist ein Kopf in der Toilette, oder was? Ja. Das ist wirklich cool. Von dem links daneben. Ih, Aua! Die Tür hat mir Schaden gemacht. Ja, was immer wieder zugeht. Das ist ja die Scheiß-Tür. Ja. Aha. Aha. Was, aha? Aha. Aua! Hier sind die beiden. Ja, ach, hi. Hi. Ich glaub, das ist ne blöde Idee. Du tritt's mal zurück. Alles gut. Ich geh mal wieder, ne? Geh mal. Achso, hier geht's auch noch. Hier war ich noch gar nicht. Doch. Ach, hier war ich schon mal. Ach, hier war ich noch ungefähr. Was? So, da ist auf jeden Fall viel zu entdecken. Habt ihr schon das Mädchen in der Wand entdeckt? Ja. Was so aus dem Loch guckt, was sie in der Wand... Ja. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Voll riesen. War da grad ein Schild, was man lesen kann? Okay. Ey, die Katze in der Mikrowelle ist... Ach, die Mikrowelle. Habst du die schon gesehen? Ja. Die Katze in der Mikrowelle, die ist geil. Da, hier, Paul, 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 Paul. Hä? Ich hab dich schon gesehen. Achso, hast du schon. Alter! Alter, 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 lass uns... Ey, ey, was... Was ist los hier? Oh! Mensch. Mein Gott, du fette Sau. Oh, jetzt kommt der wieder. Lass mich du... Onkel? Ja? Mhm. Du Sau. Was? Da hast grad'n Paul mit'n Buben reingeknippelt. Was? Kommst du auf sowas? Man hat's gehört. Aua! Ah! 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 Ja, hast du ein bisschen Blut auf dem Muschle? Nein! Oh, verdammt! Tschüss! Mann, ich seh nix! Ich auch nix! Weißt du... Ah, das ist richtig... Richtig laut... Ja, du hättest über den Gang... Ja, weiß ich ja, wie alles rumgedödelt ist. Ah, naja... Dann war's das auch schon wieder für diesen Part. Und, ähm... Ja, dann bis zum nächsten dann halt, ne? Tschau! Genau! Was?